schön dass ihr wieder dabei seid es gibt noch ein thema was wir noch besprechen müssen und zwar warum habe ich eigentlich dieses kabel gekauft sehr gut bleibt dran an steuern vom osmo pocket also schließen wir das ganze mal an hier an unserem osmo pocket und als nächstes schließen wir das kabel an unserem telefon an sobald ich das hier angeschlossen habe erkennt dass das handy und das handy startet automatisch die memo app jetzt kann ich einfach mit dem finger auf dem bildschirm kann ich die kamera steuern und das ist natürlich eine tolle sache so nehme ich die gesichtserkennung weg dann kann ich die kamera steuern und wenn ich die gesichtserkennung wieder haben möchte dann drehe ich einfach einen kasten in meinem gesicht und schon hat er die gesichtserkennung also dafür ist es eigentlich gedacht das wollte ich kurz mal zeigen hier sind ist das kabel dran am handy funktioniert sehr gut wunderbar ist auch die tonaufzeichnung man sieht auch den pegel genau wie weit der pegel aussieht so was sind die nächsten ereignisse die auf uns warten das heißt wir haben morgen am sonntag die erste road captain sitzung vom minhattan chapter dort werden wir die touren besprechen für die saison 2009 10 da bin ich wirklich schon gespannt wo wir überall hinfahren was wir genau machen werden aber dazu eben morgen mehr vergesst das abonnieren nicht und wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen bis die tage